Und wie kamen Sie darauf Fußball zu spielen? Ich habe mir damals die wilden Kerle angeguckt, das kennt ihr bestimmt auch. Und das fand ich echt cool. Und dann habe ich mit meiner Schwester dann zusammen im Verein angefangen Fußball zu spielen. Welche Position spielen Sie eigentlich generell? Ich spiele meistens ganz vorne im Sturm, manchmal auch im Mittelfeld, aber eher vorne. Und wie bereiten Sie sich auf große Spiele vor? Ja, eigentlich versuche ich nicht zu nervös zu werden und habe immer so einen Ablauf erst so gut, damit ich natürlich viel Kraft habe und konzentriere mich aufs Spiel und versuche einfach dann Spaß zu machen. Okay, dann bedanken wir uns, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gerne.